so hallo wir machen weiter bei undertale letztes mal habe ich die dämpfung etwas zu stark eingestellt dadurch hat den hintergrund sound ein bisschen zu weit reduziert wenn ich geredet habe das sollte jetzt besser sein i'm sorry das war keine absicht so wir sind hier und wir machen hier weiter ok na also jetzt sollte es nur ein bisschen reduzieren wenn ich rede und nicht vollständig das wäre ganz gut ansonsten scheint gepasst zu haben zumindest hatte ich den eindruck oder ist wie hieß der typ karte irgendwie so oder rules karl karls kart irgendwie sowas ich habe keine ahnung wie er gesprochen hat ah du hast transplanten tendet us to sein castle town and truly a magnificent town of castles but how something art looking it feels could you guys perhaps bring in an evil ruler or something ja ne muss nicht kollege lass mich mal zur bakery oh lass mich erst mal zu ihm hier seems like hathry likes this place she hopes you like it too ja absolut alles supi quiz town ist das jetzt hier einfach mamami bar welcome to top bakery our special ship their class ja dann gehen wir doch mal rein da ach hier ist lancer der ist einfach auf dem ja aber lancer da kannst du nicht drauf kollege okay well well welcome to top bakery i am the spike with smith melius i do not know about any of these strange tools are for but using my skills i can fuse items to create new ones oh okay chat last mile what what is this technique you speak of was okay also der kann fix us your body is a weapon to you must take care of it from time to time pula let's feel my technik summer everyone's happy okay da kann ich mich heilen interesting fuse items aber wir haben ja nicht Okay, lass mal gucken Wenn wir zwei dark burger haben wird ein dd burger draus wenn wir zwei amber card haben können wir eine silber card machen Wenn wir einen pink ribbon und white ribbon haben könnte ich ein twin ribbon draus machen aus dem glow ist und einem iron shackle könnte ich ein spike machen und so weiter und so fort Okay Und Was machen die dinger jeweils ach da oben steht es It will take two bites to finish Square jump that increases drop it money by 5% Ah okay Black wristband covered in spikes has the tendency to get stuck to itself Two weapons you'll have to put your hair into pigtails Gain 10% more attention from grazing bullets a strange blade Okay, ich meine blade brauchen wir an sichern nicht, ne? So lancer Oh, I am chef lancer Try my delicious hand formed cookies they are free for a price What's the price zero Take cookie I now pronounce you cookie and wife Lance a cookie was added to your items Können wir noch einen nehmen Want one? Ja, absolut, her damit You already took you a cookie Wait, I'm still regenerating from the last one Okay Also können wir nur einen cookie nehmen Wahrscheinlich immer wenn wir es eingesetzt haben können wir uns ein neues holen Ich habe ihn hier gerade mit meinem Headset fest Einen Moment Ich habe hier kurz Probleme So Ne, nicht Power Ne, äh, hier, genau A cookie shaped like Lance's face Maybe not a cookie Heals one HP, eher moin Na gut Na gut, so Dann haben wir hier noch das Kaffee Das kann ich nichts machen Mama mia, I wanted to run the bakery But someone is already working there A cafe that serves pastries What a disgrace What sort of humiliating thing will happen next? Check recruits Kann ich hier auch Ah, da kann ich das gleiche machen, okay Welcome to bakery, I wish Price Mama mina As long as the purple girl is by your side There will be no prizes for more Mama mia Who cares, well, sie kann make me a cake But my uniqueness as a baker So don't mind, my pastries are a little extra salty today, everyone Uh, okay Hier kann ich nix Hier kann ich auch nix The true book is broken Oh nein So, was mit dir Lemonade, please Lemonade, please Hathie seems fine Sure is great to be here with my best friend With Hathie Hey boss, I'll have a dark candy star fate Okay, können wir ihm sagen, was die wollen? Nö Okay, ciao Das ging fix So, wir haben noch einen Shop Und, äh, ein Viech Bobo I'm just a block Okay So Bye Dark candy dark burger Amber card Okay, das ist also Defensive charm Und spooky sword Also, das Schwert brauchen wir ja schon mal nicht Ah, das ist so ärgerlich Wir hatten halt richtig viele Items im Außen Mist Hey, der Lanze Kuhi kostet 5 Dollar Also, kann man für 5 Dollar verkaufen Ja, you don't have anything Das ist leider Das ist leider genau das Problem So, we are now in the castle town Well, now it makes no difference to me As long as I stay in my shop These walls will change But In a way, I suppose It's just a little bit amusing To see you again I'm sure you three will have An interesting journey Me, I'll just be here Offering the same old junk As you find stronger treasure I'm sure you'll have a little reason To return here But if you have some time I'll offer you a biscuit and a hunt Ja, gib mir The little prince has something to show you in his castle Well, now are you going to turn down a royal invitation Hey, wo ist mein, mein Cookie? Na gut, kein Cookie Exit See you again or not Okay, gehen wir mal hoch, wo wir hin wollen Hier ist noch ein Buch It's a manual Read a topic Controls, recruits Ja, recruits interessiert mich If you spare or pacify enough enemies of the same type They will be recruited Ja, haben wir schon gesehen Recruits will appear in your town Wonder what happens if you get them all You can check the areas Recruits statues at the safe points Certain bosses are excluded Okay Controls ist eigentlich klar Confirm intact Ja, 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 ja Haben wir auch verstanden Oh, das war's auch schon Okay, natürlich Items deutlich ist eigentlich auch klar Habe ich auch gesehen Ja, out of space Items in fine Ah, okay Das ist schon mal praktisch Gut, okay Speichern wir nochmal eine Runde Ab dafür Und dann gehen wir ins Schloss Hello there It's a bit scary moving to a new place But there's a ball There's nothing to fear It's a sphere itself Ah, ja Prince Ralsei I will keep you ahead erect until you need it Ah, der hat den Hut von Ralsei Oder was? Ja, okay Kann ich ihn wieder haben? Until then Please allow me to pretend to be a wizard Hiya Okay, du bist ein wizard Alles klar Ah, du bist dein Zauberer, Harry So, oh Just wanted to show off you You chose, huh? No, what I want to show you Is upstairs Okay, dann gehen wir erst mal runter In den Keller Oh, I nearly forgot This is where I cook You cook everything In a giant witch's pot Of course Cold run cooking Is very convenient Here, Chris, Susie Have a cake Ja, moin A little thick on the frosting That was for sharing Hey, anyone was free to make an interception Kann ich das nochmal? Make a chocolate one Why don't we go upstairs first? Ah, wir gehen erstmal downstairs first BF Living quarters for bad guys Oha It's violently protected in the jail We are still behind bars for some reason But it's okay We've grown to love this hellish place Where we dress as animals Okay I'm a golden Sam This is a nice prison We decided to dress as kings It's cultural exchange Ist hier dann jetzt auch der Dings eingesperrt? Oh mein Gott, ja Huh, kritisch Ah, der Leidmas Have you come to humiliate me? No Mr. King, the Leidmas Returned everyone here safely If you're willing to reconsider Then What? Live in a kingdom ruled by you? The Leidmas little patsy Staying in the cell Is far less humiliating Now, if you will excuse me My giant hamster wheel Is getting cold Oh je Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr We have nothing to discuss You sure about that? Er scheint should zu sein Na gut Oh By the way Is my son Happy Like you care You were gonna throw him Off a cliff Ah, your pitch ties Made me bluff Made my bluff Too effective I see Besides Even if I threw him He would just Bounce My son is A bouncy little pumpkin What the heck Ja, den Quatsch mich doch nicht an Ah, okay Also, das war er hier So, hier geht's nach oben, ne? 2F Living Quarters Da gehen wir aber noch nicht hin Wir gehen erstmal hier hin The door is locked Ja, gut, wir gehen hoch Ich hab alles ausprobiert vorher Wir haben alles getan, was ging I have a surprise for you, too I made rooms for you in the castle Rooms? So you can stay here whenever you want I'd be happy if this place Could be like a second home to you A place that you can go No matter what's happening outside Nein, Canon Jetzt nicht Ha, well We'll take a look Okay, also eine Tür für mich Eine Tür für Susi Eine Tür für Lanza Oh, du hast abgesperrt Okay, wir gehen in meine Tür Als erstes It's your bed It feels incredibly soft Like sleeping on a dream It's a stand for your manual I thought you might want to keep it here In case you want to read it It's a shelf All sorts of keepsakes could be put here It's a wardrobe full of all sorts of different clothes You could wear whatever you want Kann ich mich umziehen? Nein Also ich habe einen Schrank voller Kleidung Aber ich darf ihn nicht nutzen Cool Okay, Susi ist King Merk schon Oh, hier geht's weiter Scheiße And Susi, this is your room Um, I tried to make it something you'd like But You can put anything else you want in here too I really hope you like it My own room, huh? I guess that's pretty cool My own room Like this How long did it take you to do this? Well, uh Since I last saw you two I Man, you're real weeny You know that? Hehe I think she likes it, Chris Haha, chillus I got the cool room Look, Chris Okay, es geht nicht weiter Ich dachte schon Cool spike bed Now I can stab myself during the night Finally some convenience Damn, there's everything in here Pine cones, jug, moss, jars of salsa Pieces of ice, black crumbs from the toaster Jawbreakers Oh, and like actual food too Susi, you didn't get to read the manual So I put it over here for you Cool, I'll read it before bed That'll put me to sleep It's a cloth drawer full of spike and dangerous clothing All the clothes are whipped from each other into threads Hell yeah Chillus, Chris Ja, absolut Kleidung, die sich gegenseitig zerstört, finde ich super So, Lanzers' room Der auch jetzt plötzlich da ist, logischerweise, natürlich Wow, it's better than I remember I even have my own bed now Now I don't have to sleep in a hole anymore I thought you already had a bed No, that was for the bike Okay Lanzer, you aren't gonna believe how sick my womb is A womb as sick as you Wow, I want to see I'll keep digging holes until I reach your womb Uh, it's got a door, you know A door? Wow, peach boy, you went all out It's a hole Presumably dug for fun Oh, der hat hier überall Löcher gegraben Dicking implement Salsa buried in the ground here It's a hole made recreationally You found 20 Rupees in the hole Unfortunately, that's not a useful currency Ich wollte gerade sagen, wir haben doch Dollar It's a music player, listen to the contents Ja, absolut It's full of cartoons, blood noises Okay, nur das? Oh, na gut I laughed at my floor is full of holes Okay 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 Das heißt, alles was wir noch tun können ist dieses Band hier auschecken Okay, das heißt, es muss jetzt irgendwas passieren wenn ich wieder zurücklaufe Ja So, what do we do now? Feel free to explore the town until you're ready to leave Ha, like we're gonna leave now, right Chris? Ich meine, den town haben wir explored Hier komme ich nicht weiter Hier habe ich auch alles gemacht Okay, also im Grunde haben wir alles gesehen richtig Ich habe hier alles gemacht Oh, das war ein interessanter Leck Ich habe hier alles gemacht Hier drüben ist auch nichts Neues Will das Spiel jetzt sozusagen, dass wir sagen, wir gehen zurück Oder kann ich jetzt hier weiter? Aber das ging ja nicht mehr auf, ne? Ja Ja, wir haben jetzt effektiv alles gesehen Ich kann nochmal zu dem Loch rüber gehen Ob da jetzt was ist? Mr. Society hat ja einen Abflug gemacht Nee Aber dann war es das Also ich denke, das Spiel will jetzt zu sagen Ja, wir liefen wieder Wait, Chris Wir sind weg, aber wir sind gerade hier Man, ich will nicht gehen Wir machen unser Gruppprojekt Oh, ihr zwei habt ihr homework? Ah, well Susie, Chris Du solltest es direkt machen School ist wichtig Ich werde dich von diesem Kingdom bis du starten dein Projekt Ah, fine Ich werde es, jees Susie, nicht zufrieden Ich werde dir helfen, auch Wait, Lanza Perhaps you shouldn't Too late, kind boy Freundschaft form Lanza was added to you Ich geht mit Lanza zurück Okay What, where'd you go? Don't worry, I just entered your inventory I'll just be hanging out in Chris's pocket Don't know what that means, but okay Fear not, I too shall assist We are good Ah, quite We as a team Are good Oh my god Rules became a key item Even though no one wanted that Ich hätte gern seine Musik übrigens wieder Die war cool Alright, enough already Let's get going Good luck today, Chris See you soon Come back when you finish your home What's the point of having a room if you can't slack off in it Ich mein, ja Werden wir gesehen Wir können hier nichts weiter machen Ich hab alles gemacht Aber das heißt Wir gehen jetzt zurück Sehr interessant Was passiert denn jetzt? Also wie geht das denn jetzt weiter? Well damn Guess we gotta do our project Least we got Lanza, right? Aber das ist ja das Ding Wie soll der jetzt in meinen Taschen sein? Lanza, where are you? Damn, guess you skipped out after all, huh? So where should we do this? What? The library? Well, alright Can't go back there for now Sehr interessant Kann ich jetzt hier nochmal rein? Aber wo ist jetzt Lanza hin verschwunden? Ich mein, ich hab doch jetzt keinen in den Winter Ball of Junk, a small ball, a few things in your pocket Und die Cards? Ist das the rules? The check of spades and the rules card Das sind Lanza und Dings You held the cards They felt flimsy between your fingers Also die sind die Karten Die rules card Und hier check of spades Ist Lanza Okay, die sind also zu Karten geworden Zeit für ein Duell würde ich sagen Are you ready for the Sadie Hawkman's dance? At this dance all the chaperones wear giant hawk hats And screech at any student that may contact while dancing The locker is locked Locker is locked Locker is locked Was? The locks locker is locked Oh my god, okay The locks locker is locked Oh, hier gibt's keinen Text Okay Elfes ist weg Ah, das hatten wir schon Okay, hier kann ich nichts tun Interesting Locker, it's locked Locker, it's locked Locker, it's locked This used to be your brother's locker Locker, it's your locker It's empty Mysterial is written in cursive on the dry erase board Seems like it hasn't been erased in a very long time You unkept the scanted green marker It's almost dry but that gives it a refined aged apple bouquet It's a poster of several basic shapes Circle, oval, square Hyperdodecahedron Jetzt tut er mal so, als wäre das hier was besonderes Ein Hyperdodecahedron Kennt auch jeder Kids books, some of them used to be yours It's a primitive drawing of your mom The throne of the gods grows higher Is this hubris Kann ich hier was? Nein Okay, wir haben noch einen Computer zum checken It's an orange It's unknown if it's safe for teachers to eat this The computer wallpaper is updated It's a picture of your brother and you playing video games Your brother is using the knockoff controller Okay Wir wollen also zur Library Ja, ist doch gut Batterieleistung Ich kann ja alles noch gut Ich kann hier noch spielen Ich wollte gerade sagen Was zur Hölle ist hier los? Das Spiel macht es schon wirklich so, dass man nicht woanders hin kann Ich wollte jetzt hoch zu Sands laufen Pustekuchen Ich kann nur in die Library Ist das dein Ernst? Ist das dein Freaking Ernst? Ach komm schon an dein I heard a dog was doing donuts So I sped over here But I just learned donuts is actually the name of a special attack for cars Why is my life stuck in a loop of doing disappointment Duffy disappointment Looks like a car Ich darf nicht mal hier runter Looks like a car Traffic's moving at a snail's pace I love snails Could today get any better? Undine Damn, I was just directing traffic as normal When a little dog drove one of those toy cars Into the middle of the street and started doing donuts In the chaos, all the cars in town got jammed up Thankfully, no one was hurt But ordinary citizens like you got to get out of here I've got some heavy lifting to do Oh my god, also gut Es ist uns verwehrt irgendwo anders hinzugehen We can also nur in the library Alles klar spiel All right, we're here School goddamn project Books goddamn crazy about them Hey Chris, where the hell is everybody? Something seems kind of Okay, screw it Let's just go play space binball in the computer lab Um Das ist eine andere Dark World Huh? It's like The inside of the closet Chris, you don't think this could be Another Dark World? Well Guess this means we can't start our project Unless You know Chris If there's a Dark Fountain in there You can seal it And it'll turn back into the computer lab, right? So what's it gonna be, Chris? Ja, können wir nicht, weil da die Autos sind Let's go Yeah, let's just drop the act Our last adventure was great, right? I couldn't stop thinking about having another I don't know what's in there, but We can't live if we don't find out, right? Come on, Chris Ist das wirklich eine andere Dark World Oder einfach ein anderer Eingang Von der gleichen Dark World This is new Vor allem ist jetzt Dings wieder da Also Ah, wait, wait, wait Das sind ja Key Items, ne? Genau, Cellphone und Lens Oh, Wolves jumped out of your pocket How dektrobatik Lesser Cellphone Lenser Alles klar You tried to call on the cell phone Bruder Ah, ja, what the f... Bruder It's nothing but garbage Alter, das mache ich nie wieder Holy crap Ich hätte aber jetzt... Also ich brauche doch Walsy Ich brauche doch jemanden zum Pacify Wait Das ist der gleiche Aufbau Das ist genauso, wie wir runtergefallen sind Zu dem, zu dem Loch Hi Du warst, du warst Ne, ist nicht genau der gleiche Aufbau What the heck Okay, da muss ich aufpassen Ja Alles klar Alles klar Okay Ich frage mich nur gerade Ich frage mich nur gerade, ob man hier hätte was machen können An irgendeinem von den Dingern Aber ich glaube nicht Everyone was Okay Also das ist eine komplett neue Dark World Heißt das, überall in der Stadt gibt es unterschiedliche Dark World So viel dazu Diese Frage müssen wir wohl beim nächsten Mal beantworten Jetzt ist es wirklich komplett leer Jetzt geht gar nichts mehr Danke fürs Zuschauen Und tschüss